Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal BePilot. Auf diesem Kanal geht es nicht nur ums Imkern, sondern auch ums Ultraleichtfliegen. Auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Imkern anfangen. Heute schauen wir uns an, was wir bei der Oxalsäurebehandlung machen. Und da nehme ich euch heute mit. Dann mal viel Spaß bei dem Video. Ich habe jetzt schon die Oxalsäure zu Hause aufgewärmt, habe die mit Zucker gemischt. Und jetzt haben wir quasi Oxalsäure mit Zucker. Und der Zucker ist deshalb drin, weil der dann besser an den Bienen haftet und es dann auch mehr verteilt wird im Bienenstock, als wenn es jetzt nur Oxalsäure wäre. Zumindest sagt es die Literatur, aber da gibt es auch wieder, wie immer, ganz viele verschiedene Meinungen. Ich werde jetzt hier das Bienenvolk aufmachen und schauen wir erst mal von oben rein. Wie ihr seht, habe ich auch eine Schutzbrille auf, die ist bei Oxalsäure immer wichtig. Ich habe auch einen Smoker dabei, einfach um die Bienen ein bisschen zu beruhigen. Man sieht es vielleicht, hier ist alles in Tau gehüllt. Wir haben gerade minus 3 Grad. Also gute Temperatur für die Behandlung. Jetzt schauen wir quasi oben rein, wie es dort aussieht. Und ich denke, die Bienen sitzen eher unten. Also werden wir dann die obere Kiste abheben, kurz wegstellen, beträufeln, Kiste wieder drauf und dann rechtlich noch oben rein. Ich mache es mal hier weg. Wir schauen hier rein und wie wir sehen, sehen wir nichts. Was wir sehen ist, ist verdeckelte Honig. Aber Bienen sehen wir hier eigentlich keine. Bienen sehen wir keine, das nehmen wir jetzt die Kiste weg und träufeln dann. Also die Kiste ist brutal schwer. Futter haben wir also genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wabengassen voll. Das sieht gut aus. Und ich habe jetzt für so ein starkes Volk 50 Milliliter Oxalsäure. Sollen wir jetzt schön träufeln hier. Den Rest träufeln wir von oben. So im Futter mache ich mir bei dem Fall keine Sorgen. Ich habe auch von oben ein paar gesehen hier. Deswegen würde ich hier auch noch von der Seite träufeln. Ich werde nur einfach alle erwischen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist jetzt vorne den Schaumstoff rausnehmen und somit das Flugloch wieder größer machen. Das mache ich auf den Grund, weil dieses Volk jetzt ja kein Jungvolk mehr ist. Das ist jetzt nämlich Wirtschaftsvolk. Und dann können die im Februar, wenn das erste Mal Sonne scheint, direkt raus. Es staut sich nichts am Flugloch. Manche Inkaubli lassen das Flugloch immer klein. Bei mir mache ich es groß. Das muss jeder für sich dann entscheiden, was er da am besten findet. So, Schaumstoff ist jetzt draußen. Mein So geht jetzt weiterhin dran. Dann ist das Volk fertig für den Frühling. Ich gehe jetzt noch weiter zu meinen anderen Völkern und mache dort die Oxalsäurebehandlung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.